Dragons are so shouty! Blablabla, Dragons. Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Sie sind verletzt, aber sie werden es überleben. Okay, gut. Ja, geh, geh. Ich geh mal vorn. Zum Rücken! Gesundheit! Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und läuft immer weiter. Okay, durch das Dach springt. Spring! Aua! Okay. Jetzt sind es nur noch wir beide gefangen. Puh! 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 Es sieht aus, als wären wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Vielleicht. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her! Lasst mich sehen, ob ich diese Fessel nicht lösen kann. Ach, bitte. Na bitte. Sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Okay. Gold! Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Ja. Erstmal lese ich ein paar Bücher. Taktiken. So, so. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Hm. Hier ist nichts drinne. Was ist hier drinne? Ihr bist... Hier ist Gold. Und ein Helm. Ich nehme den Helm. Durch besser eine Ausrüstung. Und den Helm werde ich mir mal gleich anlegen. Ja, ich habe jetzt einen Helm. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. So, was noch? Ein Schwert. Ihr bist... Ah, eine Rüstung. Stiefel. Und ein Schwert. Und auch ein Schlüssel zur Festung heben. Das wird... Ihr legt besser diese... Gut. So. Rüstung anziehen. Schwert. Und schwingt das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Wein. Ich liebe Wein. Ja, du hast recht. Wir sollten gehen. Kommst du auch? Kommst du? Kommst du? Wir müssen los. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Gib mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Habt ihr das gehört? Sturmmäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Moment. Oh, meine Ausdauer ist niedrig. Hier die grüne Leiste. Dadurch kann es nicht mehr springen, auch keine mächtigen Angriffe ausführen. Durchführen? Trinke einen Trank oder warte, bis deine Ausdauer wiederhergestellt ist. Du hast keine Chance. Ihr seid doch gut wie tot. Lass mich mal sehen, ob ich die. Ich bin völlig weg. Komm schon. Ich bin völlig weg. Ich bin völlig weg. Du hast nicht geklebt. Lecker. Gemüse. Kohl. Ja, ich bin hier. Kann schon laufen. So. Da sind wir dem Drachen. Nein! Hier ist er wieder. Oh, Drache. Wir können hier tränken. Die werden wir brauchen. Okay, sagt Tränke. Oh. Voll ins Herz. Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob wir ein paar Zaubertränke finden können. Die könnten wir brauchen. Ja. Zaubertränke. Die können wir wirklich gebrauchen. Besonders, da ich sie eigentlich immer nur verkaufe. Oh. Okay, Zaubertränke. Großer Sack. Okay, ich bin soweit. Wir können weitergehen. Und fertig? Hier entlang. Ja, ich bin fertig. Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht. Hört ihr das? Oh, Anton. Geh! Geh! Oh, jetzt nochmal durchs Herz. Ich habe es schon mal. Und diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht, über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unter Helgen habe. Was? Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an! Ein Drache? Bitte! Kommt nicht mit solch einem Unsinn! Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns! Wir müssen hier raus! Ihr habt mir nichts zu sagen, Bürschchen! Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen! Vergesst den alten Mann! Ich begleite euch! Wartet einen Moment! Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig! Macht euch damit keine Mühe! Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren! Der arme Kerl schrie wochenlang! Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können! Gern! Nehmt all meine Sachen! Bitte! Schnappt euch, was ihr könnt! Und dann licht wir raus hier! Ich lese nochmal kurz ein Buch. Ups! Das Buch des Drachengeborenen. Hm. Irgendwie spricht mich das an. Ha! Ein Dietrich. Ein Dolch. Hm. Nehmen wir auch mal ein Schild. Den können wir vielleicht besser kämpfen. Mit einem besseren Schild. Schaden? Was ist das? So. Benutze die Maus, um den Dietrich zu drehen und weh, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich in der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich in der richtigen Position ist, dreht sich der Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Dann probiere ich das mal. Also, die Maus. Und weh. Bumm. Das war einfach. Das war sehr einfach. Hier ist aber nichts dran. Ah, Quatsch. E. So. Uh, aua. Nicht. So. Äh, noch ein bisschen. Nein, ein bisschen. Komm schon. Ja. Ach. So. Oh. Da. Der ist kaputt gegangen. Jetzt den dritten Käfig aufmachen. Hier ist auch nichts dran. Okay, lass uns gehen. Wo bist du? Wo bist du? Hier bist du. Dort entlang gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Was? Jetzt laufen wir hier durch eine Höhle, scheint mir. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Jetzt die Höhle. Ja. 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 Ah. Ja. 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 Oh, habe ich gerade meinen eigenen? Sorry. Sorry. Oh. Dich auf mein Knie. Lass mein Knie in Ruhe. Ah. Ah, okay. Der Folterknecht kommt nicht mit. Mal sehen, wo das hier hinführt. Kommst du? Beweg deinen Arsch. Oh. Oh. Ja. Ja. Was machst du? Geh doch einfach weiter. So. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ja, dann gehen wir mal hier entlang. Ach, komm doch mal mit. Du gehst voran. Geh ich voran. Ach, der geht mir hinterher. Wer ist das? Das war ich. Das war ich. Das war ich. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier entlang. Hier entlang? Wo entlang? Ach, da kommen wir her. Gut. Dann muss das wohl in die Anrichtung gehen. Ah, hier lang. Ach, da ist er. Hallo. Hier entlang scheint es richtig zu sein. Okay. Sind wir denn endlich draußen? Halt. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit dem möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Ja, schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Bogen? Er hat mir einen Bogen. Ah. Wo? Okay. Ich nehme lieber... Das war knapp. Na, nicht so knapp. So. Hart. War. Sind wir nun endlich draußen? Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fühle schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Der Ausgang. Die Diebesgilde ist ein Kult. Wartet! Wie? Ist ja...